Ja, wenn ihr nicht patchen könnt, dann müssen wir auch ohne Texte-Pack spielen, genau wie ich. Aber an der Puste. Muss noch die Tür rein? Ja, passt. Vielleicht sollten wir uns auch ein Witzebuch... Ein Witzebuch? Ja. Also, was ist denn da? So ein Witz, ich will es, wenn du keinen Humor hast. Verstehe ich. Verstehe ich. Hast du auch nötig, so ein Scheiß. Boah, ist jetzt so kacki, fucki. Ist es jetzt das Holz? Ich muss gucken, wo genau das Holz ist, was ich jetzt eben abgebaut habe, womit ich bauen will. Das ist so fucking echt awesome. Mein Hund bild. Du hast ein Hund. Aber nice, ne? Boah, du bist immer so ein Cheater. Mein Hund in der Hose, äh, in der Hose, ja. In der Hose? Ja, du hast dann nur Hund in der Hose. Hier, bei mir. Aber jetzt, was bei dir abgeht. Fließt in die Wichse so. Scheiße. Ja, Lukas, jetzt hast du was verbockt. Ja, der ist noch ein Chef. Ja, der ist noch ein Chef. Okay, damit ist jetzt klar gemacht, dass Lukas ein, äh, wer es ging ist. Oh fucking fuck 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 fuck. Äh, wenn ich schon ein Hund in der Hose habe, dann ist es ein Rottweiler oder so. Das ist nicht alles zerfleischen kann und so. Oh fucking fuck fuck fuck. Wer baut denn da so einen Scheiß mit Erde denn? Ich glaube, das ist Absicht, hässlich. Ah, ja. Findet ihr irgendwie so Bäume und so mit Jumelbüro und so ein Bullshit? Ah, das ist ein Winterbäume. Winterbäume hat so schwarzes Holz. Blutzmöcke. Ich stelle das in den Kommentaren. Oh, der Hepatito gefehlt, das wäre natürlich auch blöd. Ne, das ist richtiges Holz. Ich baue mich gerade gefährlich weit nach unten. Hoffentlich stirbst du. Ja, hoffentlich. Ja. Das wäre einfach so Hammer geil. Ach ja, Minecraft, so ein geiles Game. Und doch so klein. Okay, du bist zwar ziemlich guter Entertainer. Das gebe ich mal ausnahmsweise zu, aber du lagerst so einen dünn Schiss, Junge. Was soll ich denn Entertainer sein? Fick dich. Habt nix drauf, genau wie deine Müller. Okay, da hab ich schon jetzt zu Hause. Ja, du bist gut. Oh, macki, fucki, ey. Oh, macki, fucki, ey. Toast, ach, fick dich. Direkt hinter dir. Wo ist jetzt so schön? Oh, nee. Soll ich die Baumkronen oben lassen? Stehen lassen? So. Ich hab' nie die Erfahrung auf Boden. Verlieg mir, dass nen Hund hingekillt. Hab die Knochen, weil dann kann ich den Hund hier irgendwie zähmen. Nee, ich brauch' nen Knochen. Seit dir denn. Ja, ja, du wirst den Hund zenecken, irgendein Ganze vergessen. Ich brauch grad für'n Eisen ab. Äh, bist du cool. Das brauchst du mir jetzt zu sagen, das war's so. Boah, der Zombie. Als ob dich jetzt n Tinnitus hätte. Ich krieg mir so derb ins Ohr. Okay. ich hab mal ein haus für die jungen 6 jungen sagt mal jude was alles ein bisschen interessanter meine abwechslungsreiche weißt du was machst du das sieht erstens scheiße aus und zweitens was so das ich gehe nach dem system vor dass sie nicht versteht gehen kommen hier runter kannst du ein bisschen eisen abbauen und ich will wieder so ein ersteres kann ich will sehen wo diamanten sind mit dem erd ist hammer geil ich sehe keinen weg keine ja glaube ich mich mal aus und wieder ein das mache ich nur damit die meinen geilen namen bewundert können chat junge und sehen dass ich so eine er dann werde ich den ausblenden auch sehen ich will es dann gibt es zu sehen ja pikseln ich hab ich sehe ich den anus wo er die besagt war und hier was da keins es ist es ist halt die roma junge also du hast und so viele vulgär ausdrücke also wenn ich mir beleidigt dann sagt halt die frömer frömer ist nur noch mal hart als fresse weißt du ja sicher weil ich so sage weil du so sagst weil du so sagst ja genau weil ich so sage weil ich so sage ich bin gangster weil ich so sage es ist ein gangster der rutscher ist der kuhlber auf dem kommentar ist Prozent im Kuhl ist weil er gut ist das er ist ja kein Mensch kann also Kuhle weiß es heute ihr weiß es sollte ich würde es nicht erst Boden kannst du haben ich würde es jetzt dunkel ist denn nicht die 440 weißt du ja ich habe genug wo du weißt du Warte, äh, ich hab nur gewatzt, also... Äh, äh, Dürrkückel! Haut genau hin von... Ah, ich hab noch ein 64er Stack, ist so noch besser. Ja, das ist jetzt bullshitty. So, wie groß sollen die Schillibohnung hier machen? 3, 4. Ich mach mal 4 hoch, weil 4 ist am geilsten. 4 ist schöner als 3. 4 ist sogar mehr als 3. Adi, was benutzt du für ein Tech-Shop-Pack? Das ist ganz selten, das kriegst du nur, wenn du, äh, eine Partnerschaft hast. Das heißt, die verwarbelt. Oh! Klingt gleich wieder nicht gut angerufen. Ja, ja. Der ruft dich selber an, damit alle denken, der hätte Freunde. Und schon ist es still, weil ich mit dir nicht normal reden kann, weil du immer nur Scheiße lauerst. So sieht sie mich aus. Ja, klar. Können ja gerne mal abstimmen, äh, in den Kommentaren und so, wer ja der Beschissenste ist. So, hab ich mir was zu denken geholt. Achso, ich dachte, ich hätte jemand angerufen. Nee, ich hab ihn gut angerufen. Männer können ja nicht zwei Sachen rechtzeitig machen. Haha, das glaubst du. Leider geil, weiß der doch. Oh, das ist ein bisschen schade, dass du leider geil bist. Das macht mich irgendwie... Ich würd' grad sagen, geil. Schau mal kurz. Siehst ihr, wer nur durch ist? Wir sind wieder dunklen Nummer. Ja, Alter, man ist jetzt fraglich, wie's wetterig wird. Ähm, morgen. Alter. Hat irgendwas genommen? So, ich bin im Bett. Alter, du vergisst immer die Tuts zu machen, dann krieg ich einen Ausraster. Äh, warum hab ich jetzt grad weh gechattet? Ach, egal. Ach, ich muss jetzt mal eine Tür machen. Bin wieder aus dem Bett, ne? Bin wieder aus dem Bett. Ja, ich bin grad dabei, ihn bezugeben. Ähm, ich nehme mal das helle Holz, um die Tür zu machen, weil die helle Holz sieht irgendwie scheiße aus. Ach, da Kim ist am Plänen. Ja, dann können wir so so nicht ins Bett gehen. Ne Plänen sitzt. Ne, der hat schon mit, meine ich. Ja, zum Glück les ich's nicht. Ah, ne, jetzt, ja, egal. Wenn ich nicht gelesen hätte, würde ich's nicht sagen, egal. Okay, Leute, damit ist klar, dass Ali dumm. Hammer nice. Wer hat das denn gesagt? Da steht... Ja, doch. Ich bin wirklich dumm, ich geb's zu. So, seid ihr alle im Bett? Dein Fellgesicht, Junge. Ja, besser im Bett als gut im Bett. Ich mag nämlich keine Leute, die gut im Bett sind. Mann, das ist macho. So, solange ich im Bett lege, gehe ich jetzt was trinken. Oh, ich trinke doch mal einen Schluck. Ah, Wasser. Ach. Hm. Ach. Ah, Wasser. Wasser ist lecker. Red Bull, Junge. Wasser ist besser als Red Bull. Vielleicht Flügel, Junge. Können wir mal abstimmen. Was ist besser, Wasser oder Red Bull? Wasser? Wo, Wasser? Ich weiß nicht, wie der Wasser. Ich bin Wasser irgendwie am besten. Ja. Schmeckt für alle Fälle. Mein Wodka schmeckt wie Wasser, ne? Hm. Auch hab 8 Eier, Junge. Das ist mehr als ich in den Hosen habe. Ja, dachte ich mir fast. Ich glaub, muss ich mir auch mal danken machen. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen Steine planten. Und ein bisschen noch Holz sammeln. Aber nice. Och, Mutter. Äh, Mutter. Oh, hätt ich doch mal Fackeln. Wie viel Kohle hab ich denn? 10. Na, krieg ich genug raus. Habt ihr Stickys oder so'n Bullshit? Ne, sowas besitze ich nicht. Boah, wenn Kim jetzt wirklich auf den Armat. Wenn unendlich Wasservorrat braucht, geht einfach zu mir. Also Kim zumindest, das ist natürlich... Aber Kim ist ja direkt am See, egal. Kim, wenn du jetzt doch nicht aufnimmst, ne? Dann nehm ich die Axt und hause dir... Sonst wohin? ...die Fingernappe kaputt. Sonst wohin, ne? Kann man sich schon denken, wohin. Ich weiß es nicht. Kim hat ja nicht so viele primäre Geschlechtsmerkmale, wo man hinhauen kann. Wer redet denn von primären Geschlechtserhörern? Aber gut zu wissen, was du alles denkst von Anfang an. Ja, das hab ich noch. Du kannst ja mal da an diese Stelle rausschneiden. Ja. Also wenn ihr das grad gehört habt, dann hat er sie nicht rausgeschnitten. Dann könnt ihr den mal schön disliken. Nicht. So, man macht ja doch gerne Selbstfeinde. Ist doch einfacher, als wenn man Feinde hat gegen unseren Willen. Ja, nice. Auch ne schlechter Spruch. So, da gehen wir schon mal zu unserem zweiten Raum über. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt hab. Vergessen mal, was ich sage. Was findest du mit dem Raum? Ist das schizig oder was? Ich bumm jetzt hier nen geilen Erdraum hin, Junge. Weil Erde das eisbepreiste ist, was es gibt. Ah. So. So, Bo. Am Arsch wird wieder Nacht. Ah, ne, ich hab wieder Halluzination. Nein, als ob es nachten werden würde. Ja, sicher. Es wäre noch extremer. Bo, das Schafen nervt mich so. Ich glaube, ich will das jetzt. Ne, ich bin ja Tierschützer. Have fun.